Als unsere Helden den Westen schauten, konnten sie die Dunkelheit erkennen. Wo nichts zuvor war, stand nun ein dunkler, schwarzer Turm. Sogar vor dem Abendhimmel erkennbar. Ein Turm des Bösen. Unsere Helden verstanden, was zu tun war. Der einzige Weg, das Land des Verderbens zu eliminieren und den schwarzen Turm zu zerstören, war, den Trine und die anderen Artefakte zusammenzubringen. Für die Kraft des Gelingens mussten allerdings die Herzen unserer Helden rein sein. Trotz der allgegenwärtigen Präsenz der Gefahr, konnten unsere Helden nicht anders, als die Schönheit des Ortes zu bewundern. Wie konnte etwas so Schönes so nahe neben dem Turm des Bösen Bestand haben? Sie waren verlassen und niemand da, der sie willkommen hieß. Ja und damit halli hallo hallö und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Trine. Und zwar sind wir diesmal am Bright Side Dwarf. Und die Rivana kommt mit, oder? Die Rivana. Die Rivana. Oh Gott. Ein sehr schöner Name. Ich hab's nicht. Macht nix, Onkel. Ich glaube, alle wissen, was gemeint ist und ja, hallo. Ja, ich rede zu viel mit Rivana. Ach, komm herauf, komm herauf. Rivana, aber ein wirklich schöner Name, muss ich mal kurz sagen, ne? Rivana. Na, Rivano, also das soll irgendwas heißen hier, ne? Rivano und Ricarda zusammen ist das einfach so. Diese Mischung war ich mit den am meisten Texten in letzter Zeit. So, okay. Achso, Start. Ja, klar. Ja, lass mal Big Boss hier vor, gell, Onkelchen? Das kennen wir ja, ne? Wer vorrennt, der kriegt den besten Speck. Äh, ja. Was? Du hast aber den besten Speck. Hä? Der kriegt den besten Speck, Mann. Das ist wie so eine Maus, verstehst du? Naja. Du gierige, du. Wuh! Ja, aber? Gamm, ich mache dich platt. So. Einfach rüber? So, mach du dein Zeug. Ich komm, ich lass mich hier rüberfahren. Äh. Oh, da hab ich jetzt hörig. Was? Was hast du gesagt? Ja, da wolltest du unten den Drang, wenn du den kommst. Wäh? Du wolltest du in die Kiste nicht schaffen. So, was haben wir denn? Wolfgangs Spieldose gefunden. Ui, das klingt ja cool. Sollte man mal gucken. Sollte man mal gucken. Wolfgangs Spieldose erhöht die maximale Anzahl der Kisten, die der Zauberer zugleich aktivieren kann. Um zwei verbindet sich mit blauem Mana-Stein. Das heißt, Zauberer auf jeden Fall. Ja, können wir gleich dort lassen, wo es ist. Richtig. Mein Zauberer ist voll, meine Dieben ist voll. Dein Zauberer? Dein Zauberer ist voll? Deine Dieben. Hä? Ich komm hier gar nicht weiter. Wo beklebt. Meine Dieben und dein Zauberer sind voll. Ach, das sieht aber auch schön aus. Ach, guck mal, das kleine Häuschen an. Cool. Ja, das ist ein Mauserhaus. Oder so ähnlich. Cool, das ist ein Hobbit-Haus. Oh, da oben sind wieder Tränke. Hm, ich glaube, warte mal. Nee, 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 nee. Warte mal, da müssen wir erst mal oben drauf. Hä? Hä? Ich krieg dich aber nicht ge... Die ist zu schwer. Die ist zu schwer. Warte mal, vielleicht krieg ich ja den Brocken hier auf die Brücke. Guck mal, hä? Und du? Müsstest du einen Dicken nehmen, glaube ich. Und einen hauen, oder? Geht nicht. Hm, und du? Muss einfach so. Warte, nicht umlegen. Nicht umlegen. Ist das nervig mit dem rumgezappelt hier. Zappelt's wirklich, ey. Ja, so. Ich bin oben, und du? Da. Ja, ich nicht. Natürlich nicht. Wie denn? Hä? Aber ich geb dir mal den Krieger, äh... Die Ben. Ja, die nützt mir aber, glaube ich, hier absolut gerade nicht, oder? Warum? Hast du mir auch gerade draufgekommen, oder nicht? Naja, du bist ja andere Seite gewesen. Ich komm hier nicht durch. Ach so. Äh. So, warte mal. Ach so, dann mach ich mal Dings. Warte. Warte. So. So. Ja, und jetzt. Boah, gleich so, ey. Moment. Warum machst du dir das so schwer? Weil der oben dran war. Ach so. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Da oben dran dran. Also oben ist nix mehr, ne? Nein. Also, komm mal runter. Aber wenn du mal... Schmeidig. Glaub ich sie wieder haben? Ach so. Ja, ja. Gib die wieder her. Gib die wieder her. Nö. Oh, da spuckt etwas Feuer. Warte. Da sollten wir vielleicht... Äh. Ist das irgendwas? Absolut nischt, ne? Hm. Hä? Ach. Bin gar nicht so doof, wie ich aussiege. So. Äh. Äh. So. Was solltet dieses Lachen jetzt? Einmal lachen gehen. Ja, ich bin auch oben. Cool. Uuups. Zack, 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 zack. Oh, hier wieder so ein verstecktes... Hm. Ja, gut. Äh. Ich mach mal etwas vorsichtiger. So. Tut auch gut. Huuuuh. Zack, 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 zack. Guck mal, wie es nachher hochklettern will. Du bleibst gefällig unten, Freund Blase. So haben wir nicht gewettet. Kommst du nicht da irgendwie rein? Na, Onkel, kommst du, äh, warte mal, warte mal. Ne, ich bin noch viel zu dick. Wo soll das denn gehen? Bitteschön. Warte. Äh, äh, äh. Ja. Ich glaub, jetzt ist es vorbei. Warte, kann ich gerne die Plattform hochmachen. Ja, dann muss ich da irgendwie... Oder muss ich runter? Warte, warte. Ja, machst du wieder gerade? Oh, das ist nichts, den juckt, ey. Ne, machst du wieder gerade? Ich weiß nicht, wo die ist. Ich hab die nicht mehr. Wie die... Hä, was hast du nicht mehr? Die Plattform. Ne, hier, die Brücke. Mach die mal wieder, bitte gerade. Ich seh die da nicht. Ne, dann gib mir den, den Dings, bitte. Oder brauchst du den gerade? Ja. Hoppsala, hoppsala, hoppsala. Zack, zack. He, he. Wie, wie. Wie. Oh, oh, hier wird's... Stachelig. Sehr stachelig wird's... Geißer. Hey. Okay, das müsste der Onkel dann hier probieren, weil der kann sich daran hangeln. Obwohl, ja, ist auch geil. So. Oder, warte mal. Ich kann da einfach hier rüberhelfen. Ah, nice. Wie ist das, wie der das Wege schon gebaut hat. Ein Baumhaus. Ein Vogelhaus, ja. Ich hör da unten, glaub ich, eine Spinne. Ich nehm dann mal hier den. Diesen hier. Und, alles gut? Oh, oh. Da war eine Spinne. Okay. Wir müssen hier oben lang. Mal gucken. Ah, das ist eine Kiste und Ruhe. Scheiße, scheiße. Ich bin dood. Achtung, ich hab die Kiste. Und, es ist drin. Stein der Wiederkehr. Stein der Wiederkehr. Jawoll. Das klingt gut. Oh, 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 ich brauche Hilfe. Stein der Wiederkehr, was ist denn das? Kann den Träger des Gegenstands einmal pro Level neu auferstehen lassen? Okay, den Träger. Oh, 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 big boss, big boss. Wir haben es hier wieder mit Froschsuppe hier zu tun. Ja, weil du ihn da zu voreinig warst. Didi, 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 didi. Nö, 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 aber ich seh... Nein, nein, nein. Ich seh ihn nur. Nur deswegen. Guck mal, ich hol dich auch zurück. Dankeschön. Jo, dann lass uns mal kämpfen. Geh aber nicht da rein, weil das ist giftige, giftige. Oh, das ist aber heftig. Hier bist du ein Lewis-Freund. Der ging aber schnell, wa? Nix kann er. Nix! Ja, muss bestimmt auch wieder Zauberer ran. Ich will das? Hä, guck mal, was ich machen kann. Jetzt hast du aber dein Mana verbraucht. Was ist denn das? Mana? Nein! Was ist das? Mit deinem Schildstoß. Die muss ich mal ausprobieren dann. Hab ich das total vergessen. So. Gib mal der Zappel noch, ey. Äh. Es lebt. Hä? Hä? Alter, ich häng hier an der Kiste. Nee, ich bin tot. Äh. Du kannst springen und dann bist du wieder. Und top. Ups. Jo. Cool. Gleich mal einen Weg. Gebaut. Ja. Oh. Äh, ja. Oh je. Oh je. Oh, er hat er mir gut. So. Geh hoch. Geh hoch. Hoch, hoch. Ey, du bist doch die Kierigoshi, ey. Wieso machen wir da ja alleine die kaputt? Ich wusste das, ey. Hallo? Also ich hab das, ja, das ist nicht so auffällig machen. Äh, ja. Ah, ah, ah. Ja, ja, ah, schrei ruhig. Du Biest. So. Äh, äh, ja. So, hier musst du aufpassen. Oh, hast du schon mal, ey. Äh, hier, guck mal, ich kann hier rennen mit dem. Was? Wie rennen? Na hier so. Du bist ja. What? Oh, ich bin tot. Hier, du musst mich zurückholen, bitte. Du kannst doch, hä, warum? Hä, wie soll ich das drücken? So. Guck mir, die kann ich rennen, siehst du's? Mit deinem Rippo. Hä, was drückst denn du dann da? Na, hä, ich drück L2. Äh, ja. Ich hab ich noch so. Ach so, der kann ja stoßen irgendwie. Mensch. Wenn man auch die Tasten wählt, dann geht das ja, ne? E-Bogen. Ich hab einen Bogen? Guck mal, Breakdance. Du. Du, 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 du. Der Wurm. Hä, bei mir zeigt unten rechts ein Bogen an. Boah, guck mal. Dass du das nicht nützt, guck mal. Na, ich weiß doch, die Tasten gar nicht. Musst du drauf gedrückt halten, schlagen gedrückt halten mit dem Hammer. Mhm. Ja, warum zeigt denn bei mir ein Bogen unten rechts an? Gib mal her, den Dicken jetzt. Will ich mal testen. Boah, wie geht denn denn das andere? Du hast doch noch dieser komische Schildstuhl gehabt. Na, den hab ich mir gegönnt für ein paar Punkte. Hab ich mir den geholt. Den hast du ja noch gar nicht. So, warte mal. Das ist... Das, warte mal. Das ist nur ein Hammer. Du musst auf Hammer wechseln und lange halten. Genau, jetzt. Bam. Ach so. Ah. Mega cool. Mit dem? Mit dem geht es nicht. Nee. Ach, mit dem Dings hab ich drei Punkte schon. Ach so. So, und mit Rennen? Ja, keine Ahnung. Ja, die Geschwindigkeit. Wie man rennt. Bei mir ist es halt ohne Schultertaste. Hm. Keine Ahnung grad. Na ja, egal. Ähm. Das bringt, glaub ich, gar nichts. Doch. Bringt was. Das bringt was. Das bringt was. Oh, jetzt hier muss auch passen. Feuer. Ach, geil. Ah, scheiße. Hi, hi, hi. Mist. Äh, Vorsicht. Hä? Äh. Oh, ist das ringt. Ich. Ähm, weil ich erstmal gucken wollte, wie ich hier überhaupt hochkomme. Weil ja alles jetzt hier ein bisschen verbaut ist. Warte mal. Boah. Wie ist der? Da hätte ich mich niemals selbst draus befreien können. Nein. So. Okay. Oh. Kann man die auch anhalten? Aber shop den Drang schon. Äh. Oh, das sieht wieder schön aus. Ui. Ui. Ja. Das ist schön. Ich hab Explosionspfeile, gell, ne? Hm? Ja, guck mal. Äh. Hä? Hier, 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 hä? Wenn Gegner da sind, dann macht er das gar nicht. Doch, du hast bis gedrückt halten. Du hast bis Schnee getrunken. Hab ich doch gemacht. Nee. 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 Warte mal. Das tut ihn da oben auch kaputt. Was? Ja. Das tut ihn da oben auch kaputt. Hä? Hä? Wollen wir ihn hier einschlagen? Was geht nicht in dem Tor hier? Da wieder Mechanismus oder irgendwas? Na guck ich. Ach nee, hier. Ja, auch du machst das. Ja, ja. So, du darfst gerne durch, wenn du magst. Oder auch nicht? Oh. Da oben sind wir noch dringend. Äh. Hä? Unten willst du wohl nicht? Unten geht's doch weiter. Oder? Oder? Ich mach nochmal ein Selfie kurz. Kommst du her? Mit? Hä? 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 Komm, wir machen mal ein Selfie, ein Schickes. Jetzt hast du mich aber unter das Tor gesperrt. Haha, du bist gar nicht da. Ich sehe nur den Schwert und den Schild. Jetzt bist du ganz weg. Hä? Ja, ich kann jetzt nicht. Ich muss alleine ein Selfie machen. Warum? Denn hier machte man das Ding runter. Du hast ja gerade eben auch runtergemacht. Was denn? Na ja, aber nur mit Gewicht von einem. Nee, hier komm, schnell. Warte, ich nehm... Hä? Yeah! Gott. Mega Explosion. Wuhu. Ja, ich muss dann auf jeden Fall... Äh, nimm du mal den... Den, ja? Warte mal. Ich schieb mir mal... Ich komm doch einfach durch das Tor gelaufen. Ja, ich wollte halt mal was ausprobieren. Tschüss. Fahr mal ne Runde Riesenrad. Ja! Wow. Hm? Guck mal, ich sehe nur den Hammer hier. Der hängt ja in der Luft. Hm? Woop, 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 woop. Ja, ich sehe nur den Hammer hier. Hehehehe. Pssst. Hm? Hm? Ah. Just fix it, didn't. Oh. Oh! Hm? 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 Autschen! Autschen! Hä? Was denn? Hä? Loll! Boah! Ist grad total anstrengend! Ja, auf jeden Fall! Oh, noch mehr hier! Noch mehr! Ups! Ups, nein! Mein Gott, so! Äh, äh, äh... Oh, was ist das denn? Ein Trang! Mana! Sehr schön! Ich bin drin! Zubi! Yeah! Oh! 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 Warte mal, hier geht's... Level zu Ende! Hä? Ne, ne, hier geht's runter! Tief runter! Oh! Oh Gott! Okay! Ähm, ja! Warte mal! Ne, ich hab da nix gesehen! Hast du dich grad mit drangeholt? Hm? Erpackung! So, lass uns mal hier rüber! Weiter, ich glaube... Oh, warte mal! Ah! Oh! Geil! Was denn? Ich hab den jetzt mit so'n Schwung getötet! Echt? Ja, wie so... wie so Tarzan da auf irgendeinem dazu... Ha, 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 ha! Komm mal! Oh, der rührt jetzt auf dem Skelett ein, ey! Ich glaub's nicht, ey! Der ist schon längst tot, ey! Und der mal ne Arrung schafft! Ja, Village Monster! Ja! Die Frage ist... Wie kriegen wir jetzt das Tor auf? Und die Frage... Hast du irgendwas gesehen? Die Frage ist... Berechtigt! Also ich... warte mal! Nö! Kannst du knicken! Schwert und Schild! Ach, ich hab hier drüben einen Schalter! Ich hab's übersehen! Warte! 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 Und... Kabumm! Hilft! Bringt nix! Hilft nix! Braust du Hilfe? Wow! Wow! Ja, das ist ne gute Hilfe! Ja! Ringe, 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 ringe! Ja! Simsalabim! Schnell rüber! Wir müssen jetzt in der Nähe des Turms sein! Ich bin auf jeden Fall gespannt! Oh! Hier ist das Level gleich Ende! Ja! So, meine lieben Freunde! Dann würde ich sagen... Sehen wir uns das nächste Mal wieder! Wenn es dann heißt, wir gehen in den Turm! In den Bösen! Genau! Und das könnte sogar das letzte Level sein! Ich weiß es nicht! Seid gespannt! Ja! Seid gespannt! Und... Tschüssikowski! Tschüss! 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 Tschüss!